Hi Leute, hier ist wieder Topolibra 14 und das letzte Video musste ich cutten. Das hat 3 Stunden gedauert, weil es zu lang war. Und ich kann ja nur Videos bis zu 15 Minuten hochladen und es war 15 Minuten und eine Sekunde, ey. Deswegen 3 Stunden warten, ey. Naja, okay. Jedenfalls wollte ich jetzt mit dem Alpha Dinosaur Attack Display Opening fortfahren. Und dann machen wir jetzt gleich nochmal weiter. Hier haben wir wieder 8 Booster, wir haben immer nur 10 Minuten Zeit, also ja, es wird knapp. Daher würde ich sagen, wir fangen mal mit dem ersten Booster an. Und ja. Also ich wäre ziemlich happy, wenn wir noch den Alpha Acranthosaurus gegengünnen. Das wäre ziemlich gut. So. Oh, nein. Ich habe immer Booster zur Steuer, seht ihr. Ja. Ähm, also schlimm, ich habe mehrere. So. Gut, ähm. Ja. So rum. Ähm. Gut. So, also, wir haben einmal, ähm, Flinker, äh, Afrovenator. Ähm. Kann man das auch kennen? Jetzt. Flinker Afrovenator. Vibeln der Tonado. Alpha Explosion. Alpha, ähm, äh, Dilophosaurus. Alphavuero-Saurus. Cool. Ähm, Dschungel-Salter-Saurus. Ähm, Megagysir. Ich glaube, das ist was Gutes. Ähm, Terry, ähm, äh, Terry. Ganz normal. Ähm, und dann haben wir, ui, friedlicher, ähm, Parthagosaurus. Und dann darunter ist ein, nein. Schade. Ich dachte, da wäre noch eine Karte darunter, aber. Naja, ich dachte, da wäre was Gutes. Jedenfalls, okay, wir haben eine Silver Rear. Es ist in Ordnung. Sag ich mal so. Ähm. Na gut. Nächster Booster. Ich muss mich beeilen. So, wir haben, ähm, Alpha-Androiden, elektrischer Stoß, grasender Titanosaurus, Mega-Wirbelwind, äh, Hungernder Brachilophosaurus, herabstoßender Irritator, Alpha, ähm, Uar-Rhanosaurus, ähm, Olorotitan, oh gut, Alpha-Amargosaurus, Goldtria. Gut. Goldtria ist ja schon mal was Gutes. Ähm, also, nächster Booster. Gut, äh, der Alpha-Amargosaurus, der ist stark. Ziemlich stark, glaube ich. Ja, 2000 hat er. Ähm. So, ich mache jetzt auch eben die nächste Packung auf. Da. Ähm. Oh. Ähm, wir haben einmal Alpha-Ain-O, äh, ne, Ainiosaurus. Ach du Scheiße. Ich kann eigentlich nur den Namen von den ganz Alten aus dem Base-Set und aus, ähm, wer ist es jetzt? Aus dem zweiten Set, das war, ähm, Colossal-Tag-Team, nee, nicht Colossal-Tag-Team, Colossal-Team-Battles, so. Äh, Rasensal, Albertasaurus, ähm, Eisenrücken, Sauropelter, ähm, dann haben wir Alpha-Chasmosaurus, Mega-Blitz, Versperrender-Ankylosaurus, Max. Oh, cool. Äh, Flammenreißzahn, Silver-Rare, okay. Das geht. Ähm. Vier Minuten für fünf Puster. Oh, Scheiße. Jetzt aber. Ich muss ran hier. So. Oh, Scheiße, jetzt habe ich auch noch ein Puster kaputt gemacht. Okay, wir haben Mega-Quetsche, Wasserhose, Alpha-Raiasaurus, äh, Element-Spire-Team, Alpha-Iguanoton, herabstoßender Irritator, Felger, magischer Schuss, Laura und Trout, cool. Ich wusste nicht, dass sie zusammen eine Karte haben, ich dachte, einzeln, aber, cool. Ähm, gut. Na, so, jetzt. Was können wir schaffen? Gut. Okay, ich glaube, wir können es vielleicht nicht mehr schaffen, weil ich einen Puster nicht aufkriege. So, jetzt. Ich habe es. Ich habe es jetzt. Ähm, wir haben... Mega-Feuer-Ball, Barkal-Sieger-Angriff, Tank, Terry, oh, cool, zwei hintereinander. Ähm, Savan, äh, Monoclonius, ähm, dann haben wir Rex Owen, Paris, ähm, Alpha, die, äh, die Lophosaurus. Oh, gut. Große Unterstützung. Und, ja, wieder nur das Silver-Rail. Ey, komm. Wir haben jetzt erst eine Gold-Tree. Ich glaube, eigentlich mittlerweile vielleicht wieder eine, ähm, so, eine, was soll ich sagen? Achso, eine Colossal-Greakon oder ein besonderer Dinosaurier als, ähm, Kampfversion. Das wäre gut. Oder noch eine Gold-Tree, aber, ja, die ersten beiden Möglichkeiten wären die besten. Ähm, Hunger-Down, die ganze Zeit brauche ich nicht weiter vorlesen. Zoe, Drake, Alpha-Chasmosaurus, ähm, Mega-Heilung. Was? Zweimal? What the... What the heck? Wie geht das denn? Zoe, Mega-Blitz, ähm... Jagen der Taposaurus, ähm, Alpha-Kentrosaurus, Goldrea, Alpha-Zen, äh, Zeta, äh, was heißt das? Äh, Zeratosaurus, ähm, und, ja, Goldrea, okay. Noch drei Minuten für zwei Buchstaben. Wir können es schaffen. Ähm, weil ich hab momentan... Der Speicher geht ziemlich schnell voll. Die Kamera saugt, saugt ziemlich viel Gigabyte und von daher ist die SD-Karte relativ schnell leer. Und von daher muss ich mich jetzt bei allen Alpha-Kentrosaurus, Mega-Quetsche, eine richtig cool Karte, Dark-Heisiger-Angriff, Dr. Z, ähm, äh, Olo-Rot-Titan, ähm, Fels-Sprengung, Alpha-Androiden, Ace, Oh, gut, Lambda-Shock, und, okay, Silver-Rare. Komm jetzt. Noch eine Colossal-Rare, sonst krieg ich hier echt die Depression. Ähm, letzter Booster. Also zumindest von dieser Reihe. Ziemlich viele Karten gesammelt bis jetzt und... Ah, ja. Okay. Ähm, Alpha-Alosaurus, Elektrischer Stoß, Spiny, Trump, der wieder mal am Ball rumkaut, ähm, Dr. Z, Magischer Schuss, Alpha-Äh, Wo-Äh, Voerosaurus, Alpha-Äh, Ein-Niosaurus, Silver-Rare, äh, Quarz-Schlag, Ah, jetzt schon der letzte Booster, Super-Zo-N-Fuck, Scheiße! Ha, 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 geht doch nicht! Mann. Bei Sets haben wir erst, unsere gute Karten sind erst... Ja, das sind alle unsere guten Karten. Diesmal haben wir nur zwei Gold-Shares. Nur zwei. Guck mal hier, wieviel gute wir da drin hatten. Drei Gold Trades und eine Colossal Rear. Die Welt kann so grausam sein. Okay, also das war's dann jetzt auch erstmal wieder für dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Part. Ciao!